Paula ist zu dick. Manchmal fragt sie sich, ob sie Blei in den Füßen hat. Zu schwer für den Kindergeburtstag. Zu schwer zum Kirschkernspucken. Treffer. Onkel Hiram ist Paulas Patenonkel. Er lebt in Australien und hat Paula seit zwei Jahren nicht gesehen. Wie wär's, wenn ich dich ein bisschen in die Luft werfe? Paula kommt nicht herunter. Seit nunmehr 36 Stunden befindet sich Paula S. vom Niederrhein in der Luft. Paula, Pummelchen, mach keinen Quatsch! Ah! Ich bin wie Paula aus der Stadt. Ich hab die Füllen und Menschen satt. Ich sollte mich, wie sie mich wollen. Ich bin so, wie ich bin, auch toll. Ich bin die Paula. Das ist die Paula. Ich bin die Paula. Das ist die Paula. Ich bin die Paula aus der Stadt. Ich bin die Paula aus der Stadt. Ich hab die Füllen und Menschen satt. Hier oben kann ich nein verzeihen. Ich bin nicht schwer und leicht zu bleiben. Das ist die Paula. Das ist die Paula. Ich bin die Paula aus der Stadt. Das ist die Paula. 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 Untertitelung des ZDF, 2020